Ein K.O.Z. Ahoi und Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der K.O.T.N.E.W.S. Schön, dass ihr es mir wieder eingeschaltet habt. Ja, gerade habe ich das nicht mal ernst gemacht. Ja, ich denke, ihr habt es schon gerade gesehen. Ich denke, ihr habt es auch gerade schon gemerkt. Hintergrundmusik und auch, ja, wie soll ich das sagen? Ein Intro, was ich am Anfang einblenden werde immer. Das ist so angelehnt, ein bestimmter YouTuber. Es kann auf jeden Fall kein Hybi sein. Nein, nein, das ist ja nicht. Merkt man aber gar nicht. Ja, erst mal kommen wir zum öffentlichen Ablauf an. Erst mal zur der Wochenschau. Alter, das ist so komisch, weil ich nehme diese Aufnahme hier. Natürlich spiele ich jetzt gerade auch. Ich nehme es gerade jetzt gerade auf. Ich nehme es jetzt gerade auf. Ich nehme es jetzt gerade auf. Controller ist da. Aber ich nehme es ohne Sound auf. Bedeutet, ich höre meinen Mario Kart Sound nicht. Weil ich will natürlich Musik rüberlegen. Und deswegen, ja. Heute denke ich mal Musik im Hintergrund. Aber ich höre nichts. Und jetzt ist es etwas komisch. Ja, okay. Also, was ist in der letzten Woche geschehen? In der letzten Woche kamen drei Luigi's Man in drei Parts. Drei Luigi's Man in drei Parts. Alles klar. Ja, aber ist wirklich so. Dankeschön für die Red Joy. Und, ja. Warum nur drei Parts? Weil ich keine Zeit hatte, um die anderen Parts aufzuerben. Und ich wollte einfach nur was raushusteln noch. Irgendwie. Und deswegen habe ich das noch aufgenommen. Aber ich weiß gar nicht, welche Musik ich übernehmen werde. Also, um den Hintergrund zu packen werde. Das werde ich irgendwie im Schnitt erscheinen. Ja, ähm. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Handy. Ja, ich habe ein neues Handy. Wenn ich es gerade aufnehme. Keine Kamera. Ein Handy. Ja, jetzt kann ich auch endlich schneiden. Ich habe gehört von Splatter. Oder von ein paar anderen vielleicht auch. Dass sie in Discord das Handy nicht so mögen. Also, klar. Es ist ein, ähm. Ich habe auch schon in der letzten K.O. gesagt, dass ich ein neues Handy kaufen werde. Ich habe es noch am Montag überholt. Ich war erst mal richtig aufgeregt. Aber danach kann man das ganze Drama mit Speicher und so. Also Speicher. Oh, man habe mich von noch überholt. Und hier. Neunter Platz. Super, Alter. Ich wurde aber noch... Ja, egal. Nächste Runde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde da noch weiter. Denk ich mal. Was ich natürlich sagen wollte, ist... Ja, es ist, äh... Mende der Daten zu übertragen. Vom alten Handy zum neuen. Ich habe auch komplett neues Gerät. Also, ich habe komplett gewechselt von Apple auf Android. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Äh, und deswegen, ja, war es ein bisschen schwierig, die Daten irgendwie noch zu übertragen. Es hat gar nicht geklappt. Klar, es hat geklappt. Es hat geklappt, aber es wurden nicht die richtigen Daten übertragen, was ich wollte. Es wurden irgendwelche Falschdaten. Also, das waren schon meine Daten, aber... Ja. Den ganzen Kontakt und so alles. Das war alles meine alten Daten übertragen. Ich weiß nicht warum, aber... Joa. Ich habe jetzt einfach manuell einfach alles gemacht. Also, die Bilder und so habe ich jetzt einfach manuell. Und Kontakte habe ich auch manuell gemacht. Alles manuell eingestellt, weil ich wusste nicht, wie das ging. Keine Ahnung. Und warum hat er jetzt gerade den richtigen Daten übertragen? Keine Ahnung, warum wir im nächsten Jahr hier drücken. Danke. Ich kann mich irgendwie nicht so gut konzentrieren, wenn ich keinen Sound habe. Ich weiß nicht. Mauro Cuts finde ich, dass das Sound einfach wichtig ist. Und ja, ich werde ja nicht. Aber was tue ich nicht für meine Suchschuhe? Aber ich finde es auch besser, als wenn es in der Mundmusik gibt. Und klar, ich könnte es auch im Hintergrund auch... Ich kann es natürlich auch hier nachsprechen, das Ganze. Ich kann natürlich das GEMT aufnehmen und dann das Ganze nachsprechen und so. Aber darauf habe ich irgendwie nicht so viel Lust. Und es ist viel spannender, wenn ich selber spiele. Und da kann ich auch zum Beispiel sagen, so ey, was soll das? Leute, die Rote ging nicht auf mich. Als ob der Bananen an. Und ja, also kommt zur Erste zurück zum Upload-Motion-Show. Äh, ja, es kamen nur drei Parts. So wie die Menschen, habe ich das schon gesagt, weil ich nicht genug hatte. Und außerdem, Curious of the Retrie kam immer noch nicht. Das ist ja weiß. Aber darüber reden wir. In dem nächsten Rennen, denke ich mal. Ja. Ja, also Curious of the Retrie kam letzte Woche auch nicht. Das, ja, lag daran, wie ich das auch schon mit Ludwig-Motion gesagt habe, ich hatte keine Zeit dafür. Ich hatte wieder einmal keine Zeit dafür. Und diese Woche habe ich auch keine Zeit dafür, leider. Ich habe nur drei Ludwig-Motion-Parts aufgenommen. Und ich bin schon komplett erschöpft. Also, der dritte war hart. Also, ja. Also, Leute kommen, also diese Woche kommen wieder nur drei Ludwig-Motion-Parts. Und wir auch nicht. Also, sorry dafür, aber ich habe halt nicht so viel Zeit. Und ich muss noch gleich noch was machen und so alles. Es ist halt Wochenende, ne? Es ist halt Wochenende. Sonntag ist für mich am stressigsten eigentlich. Weil da mache ich erst alles, ne? Samstag und Freitag sind noch mega gechillt, aber danach geht halt los. Und, ja. Genau. Also. Die Menschen, könnte ich mal sagen. Wir sind... Ich weiß gar nicht, wo wir sind gerade. Aber ich denke mal, wir sind... In der Kelleretage immer noch. Er hat weitergekommen. Ja, wir haben den Techniker besiegt. Und... Wir haben auch nicht eng, oder? Ich habe noch was anderes gemacht. Ich kann mich halt nicht so genau erinnern, weil ich habe so ein schlechtes Gesichtnis. Und deswegen... Joa... Aber es ist cool, dass ich Hintergrundmusik hinterlegen kann. Sorry übrigens, dass die Hintergrundmusik nicht so... Ja, qualitativ hochwertig ist. Liegt halt daran, dass ich... Oh, wir sind erster Geist. Liegt halt daran, dass ich das halt von YouTube-Aufnehmer... Und deswegen... Ja. Deswegen ist es halt nicht so hochwertig. So, so... Okay, es liegt eigentlich nicht daran. Es liegt eigentlich daran... Dass... Ich... Gut bin! Komm! Fahr! Vollstil! Jawohl! Okay. Ja, es liegt daran, dass... Was ich mit dem Ort nehme. Ist halt ein bisschen kacke. Und... Joa... Genau. Gut, äh... Ich weiß noch gar nicht, was ich noch erzählen soll. Handy... Wann ich ja nochmal rausgehen hier. Mein Handy... Bin ich eigentlich recht zufrieden sogar. Für das ist eine eckes längere Folge. Aber na gut. Bin ich sogar recht zufrieden. Geht eigentlich klar. Im Discord muss ich noch alles einstellen, weil... Discord hat es auf jeden Fall Probleme. Mit der... Mit dem Mikrofon-Digke. Aber es liegt eigentlich in dem Mikrofon. Keine Ahnung. Warum das so ist. Aber... Na gut. Insbesondere, ähm... Joa... Berschneiden gefällt mir sehr, sehr gut. Und... Joa... Ich muss sagen, bitte. Das war's mit dem heutigen Part. Das ist das für die heutige Ausgabe von... Den Chaos-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch bei den nächsten Chaos-News wieder ein. Und ja, jetzt kommt der Abspann, Leute. Bis dann, ne? Und... Ciao! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.